Hallo und herzlich willkommen in Mayas und Jamies kreativen Bereich, in ihrem Kreativraum, wo hier die Kunstwerke entstehen, wo wir an spannenden neuen Skulpturen arbeiten, wie hier zum Beispiel, keine Ahnung, das sieht aus wie ein Kopf mit einem Elfenohr, oder wie Jamie sich in etwas einfacher, striktere Kunst und Kultur versucht. Hier mit einer wunderschönen Wiese mit Häusern und ja, mal schauen, was draus wird. Okay, es ist doch kein Elf, sieht eher aus wie, keine Ahnung, irgendeine Kreatur, Löwe, Drache, Hund, irgendwas. Das Management von Steves Büro, Komplex mit Restaurant, ist sehr von dir beeindruckt. Du hast fleißig gearbeitet und warst sehr gelehrt. Das schätzt man an einem guten Arbeitnehmer. Zur Belohnung gibt es ein wenig Geld und bessere Schulnoten. Sehr gut. So, die gute Sophia kommt jetzt natürlich auch nach Hause und dann können wir leckeres Dimsum essen. Und ja, Emily lässt sich nach wie vor ein bisschen verwöhnen. Und wie läuft es mit euch beiden? Mit euch beiden läuft es ganz gut. Moment, du kannst dann gerne mal hier in den Stall gehen und mal ein bisschen pieseln. Und dann kannst du dich mal ein bisschen mit der lieben Salira beschäftigen. Äh. Dass sie auch mal klappen würde. Ich anklicke, dass das das auch macht. Äh. So. Ja, du kannst gerne ein bisschen rumgaloppieren. Das stört niemanden. So, und, äh, du, mein lieber Jamie. Was machen wir denn jetzt mit dem schönen Donnerstagabend noch? Ah ja, wir haben ja, ich hab eben eine Aufgabe bekommen, so in der kleinen Aufnahme Pause dazwischen, äh, dass wir hier auf einer Party auftreten können. Im Büro soll der Abschluss eines großen Projektes gefeiert werden und du sollst für die musikalische Unterhaltung sorgen. Die Feier dauert nicht ewig, also schnapp dir deine Gitarre und mach dich auf den Weg zum Bürogebäude. Du wirst gut für deinen Auftritt bezahlt werden. Und genau das werden wir jetzt einfach mal angehen. Wollen wir auch nicht. So, meine liebe Sophia. Dann hol dir mal was zu essen. Und, ähm. Ja, kannst du das denn gerne machen? Ah, Philipp ist, äh, schon fertig. Was ist mit dem Drache? Ähm. Nimm ihn mal raus. Ich will ihn nicht im Inventar behalten. Ich will ihn eigentlich lieber hinlegen. Äh, nein, nicht im Inventar. Kiwi absetzen. Und dann können wir hier mal duschen gehen. Und, boah. Das Spiel. Ah, ja. Du kannst ein bisschen fernsehen. Maya macht hier ihre Kreation zu Ende. Tudu. Tudu. Wollen wir mal schauen, wo Jamie dann im Anschluss hingehen kann. Oder was Jamie dann im Anschluss machen kann. So. Du kannst im Anschluss jedenfalls rumgaloppieren. Okay. Yay, wir sind fertig. Kannst du das gerne verkaufen. Und, ähm. Dann, einen Moment. Ähm. Im Anschluss. Oder mal Hausaufgaben machen. Tudu. Vielleicht sollten wir das ja auch ein bisschen leiser machen. Wow. Ja, das haut so weit hin. Ähm. Schauen wir uns mal kurz den Wetterbericht an. Schauen, was da so gesagt wird. Oh. Äh. Die nächsten Tage wird Schnee fallen. Ähm. Äh. Ja, 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 ja. Habe ich mal fertig. Ich warte eigentlich wieder zurück aufs Sportuniversum. Und wir können ja mal zusammen Hausaufgaben machen mit Sophia. Kommt dann einfach gleich nach. Tudu. Weil ihr Spaß, äh. Führt sich ja ziemlich schnell eigentlich auf. Und Philipp kann mal wieder an einem leckeren Nektar arbeiten. Können wir erstmal den nehmen. Und dann habe ich schon neue Früchte platziert. Zwei ein paar Himbeeren. Dann machen wir einfach mal leckeren Himbeer-Nektar. Ich denke, der wird bestimmt auch ganz lecker werden. So. Die Feier scheint ziemlich lang zu dauern. Deswegen kannst du danach auf jeden Fall auch nach Hause. Ich denke, Emily wird auch nicht mehr ewig zu Hause bleiben. Tudu. 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 Das Lied ist schön. So. Ihr beiden macht eure Hausaufgaben. Hier können wir eigentlich auch ein bisschen Musik einschalten. So. Hört man auch kaum. Das ist sehr praktisch. Das ist so schöne Musik. Wow. Nur ein Nektar? Okay. Nun können wir das ja mal hier oben auffüllen. So dass es noch ein bisschen mehr gleich aussieht. Nicht ausrutschen. Wow. Die Musik gerade abgeht. Hiya. Na schön. Na schön. Eigentlich könnten wir auch mal unsere Freunde besuchen. Und dafür müssen wir hier einmal ein bisschen runter durch die Stadt. Tra-la-la-la. Huch. Das war zu weit. Wie? Oh, hier liegen sogar Baumstämme am Strand. Wie cool. Äh, wo wohnen denn unsere Freunde? Hier hinten? Nein, ne? Nein, hier ist Bed and Breakfast. Äh, wo wohnen die denn? Die wohnen hier doch. Und noch heute dahinter? Hier hinten nur? Ah, aber sie sind gerade gar nicht da. Okay. Ja, warten wir mal eben kurz ab. Vielleicht kommen sie ja bis dahin. Oder gehen wir einfach mal hierher. Und wenn sie nicht da sind, gehen wir einfach wieder nach Hause. Wir haben ja genug Zeit noch den Abend über. Oder, nein, Moment. Wir können eigentlich gleich nach Hause. Wir sollten uns mal wieder ein bisschen mit unserem Vater anfreunden. Denn, äh, ich schau gleich mal. Naja, genau, hier so super duper ist die Beziehung zwischen den beiden auch nicht mehr. Und mit Sophia sollten wir das auch machen. Aber die sind gerade am Hausaufgaben erledigen. Ähm. Meine liebe Maya, geh ruhig schlafen. Sophia kommt dann auch nach. Also nicht, sie kommt nicht nach in dein Bett, sondern sie geht dann auch schlafen. Gleich. Dann kann sie ein bisschen Fernsehen. Und auch, ähm, Emily kommt gleich nach Hause und kann ein bisschen Dimsum essen. Dein Auftritt im Büro war noch aufregender als die Drucker-Explosion neulich. Und das will schon was heißen. Dank des erfolgreichen Projektabschlusses steht dem Büro nun jede Menge Geld zur Verfügung. Was bedeutet, dass du reich für deinen Auftritt belohnt wirst. Und wir haben sogar Gitarre Level 5 erreicht. Das ist auch super. Was machst du so? Oh. Du bist in einem Stall. Ach, du bist in dem da hinten. Ah, natürlich. Das sind ja die Männerstelle, das da drüben sind. Die Damenstelle. Deswegen wollt ihr da nie drin schlafen. Ja, ich verstehe den Sinn dahinter. Ja, natürlich gelaber. Aber Hauptsache, ähm, Flame kann jetzt endlich in einem Stall schlafen. Dann kommt Mama da einfach mit hin. Weil das kann sie auf jeden Fall. Also ich glaube kaum, dass sich da jetzt Salira gegen sträuben wird. Ähm, das wird mich jetzt schon sehr wundern. Oh, du bist ja so weit weg noch. Gehen wir mal lieber zu Salira und schauen, was sie so macht. Sie wird da jetzt Gartit reingehen. Und dann können wir jetzt endlich, 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 endlich das beruhigende Bild der zwei Pferde gemeinsam im Stall uns anschauen. Wie sie gemeinsam schlafen. Ist das nicht schön? Ach, ist das, ach, ist das ein Traum. Ein Traum ist das. Wie schön. Wie sie beide gemeinsam hier schlafen. Flame und Salira vereint im Stall. Gut, jetzt hätten wir das auch. Jamie ist da. Philipp kann dann mal aufstehen. Und dann können sich die beiden Guten hier unterhalten. Ah, na komm, Philipp. Steh auf, alter Mann. Sehr gut. Dann, äh, fragen wir ihn mal nach seinem Tag. Können von obskurer Musik schwärmen. Und von Musik allgemein. Weil wir ja gerade Musik hören auch. War ganz gut. Gut, passt uns gut dazu, so thematisch. Yay, unser Himbeer-Nexter ist fertig. Dann können wir nochmal einen Witz erzählen. So, die Popmusik hier oben können wir auch rausmachen wieder. Ah. So, und ich würde sagen, du kannst nochmal schlafen gehen. Meine liebste Emily. Und die beiden quatschen hier einfach noch ein bisschen. Und freuen sich noch ein bisschen mehr an. Ich denke, das ist ganz gut. Duh, duh, dh, dh. Ähm. Können wir hier noch das neue Ding vorzeigen. Können hier noch keinen Wundern, unseren lieben Vater. Eine radikale Idee beschreiben. Und über die momentane Situation beschweren. Dann können wir uns nochmal final umarmen. Und, äh, dann würde ich aber sagen, ist auch Zeit fürs Bett. Und alle anderen schlafen natürlich schon. Bis 7.30 Uhr, okay. Ist vollkommen in Ordnung. So. Und die beiden quatschen hier natürlich noch schön. Die ganze Zeit. Was ist das? Okay, war das ein neues Ding, oder? Jo. Die beiden quatschen einfach mal ein bisschen miteinander. Und wir, äh, genießen das ein bisschen. Und wir, äh, genießen das ein bisschen. Okay, auch wenn das Spiel gerade ein bisschen stockt. Na gut. Äh, hoch. Äh, ja. Was denn irgendwann mal? Ah. Ja gut, wir waren auch gerade, glaube ich, im Mod drin, was da ein bisschen gestockt hat. Da lag das wohl. So, und ich glaube, jetzt umarmen sie sich noch. Au. Gut. Hätten wir das auch erledigt. Ähm, die Beziehung ist, wie man sehen kann, auf jeden Fall schön gestiegen. Sind sie immer noch nur Freunde, aber das geht schon. Mit Sophia müssen wir uns auf jeden Fall wieder anfreunden. Und auch, äh, mit Teresa und, äh, Ian. Und Christopher eigentlich auch. Den kennt Philipp noch nicht mal. Ist ja auch schön. Ähm, also an denen sollten wir auf jeden Fall auch arbeiten. Ähm. Ja. Der Stiefsohn. Hm. Ja, mit dem müssen wir uns auch noch anfreunden, mit so einem Stiefsohn. So, mein lieber Flame, du kannst ja gerne mal ein bisschen rumgaloppieren. Mami muss noch ein bisschen länger schlafen. Und dann möchtest du Flame säugen, das ist auch gar kein Problem. So, da beobachten wir den kleinen Flame mal ein bisschen, wie hier rumgaloppiert. Ii. Ähm. Ähm, hab ich hier hinten das Gatter schon zugemacht. Ja, okay. Hihi. Wie süß. Wow, Maya steht auch gleich schon wieder auf. Also das mit 7.30 Uhr ist aber ein bisschen gelogen. Na gut. Gut, dann haben die beiden aber noch genügend Zeit am Morgen, ihre Sachen zu erledigen. Ist ja auch ganz schlecht. Und es schneit, wie man sehen kann. Falls es jemand noch nicht mitgekriegt hat. Es schneit mal wieder. Der Winter ist da. Ha, und wir dürfen uns wieder mit ihm beschäftigen. Hat seine Vor- und Nachteile. Von der Spielleistung her gesehen hat es nur Nachteile, aber... Äh, ansonsten... Oh. Maya ist ein bisschen schnippisch drauf. Was ist das als Teenager? Dann machen wir den Bett. Ziehen wir mal was ordentliches an. Und dann gehen wir ans Frühstücken. Äh, vielleicht ein leckerer Schokoflakes-Keks. Ja. Ähm, Jamie sollte auf jeden Fall was frühstücken, sobald er aufgestanden ist. Oh. Ich glaube, Schokoflakes-Kekse brauchen wir nicht mehr essen. Die sind verdorben. Äh, obwohl Jamie eigentlich auch hier was zu essen machen könnte. Servieren. Ähm, ein paar Brötchen. Können wir mal probieren. Ähm, wo bist du, Flame? Ich seh dich nicht. Flame. Ah, da. Mal ein bisschen rumgaloppieren, bitte. Wow, okay. Flame war nicht mehr rotbar. Okay, dann schließen wir das wieder auf. Dann kannst du wieder hier reingaloppieren. Und, ähm... Salira kann auf jeden Fall was trinken. Und was futtern, wenn sie fertig ist. Und Flame kann dann rumgaloppieren. So. Und der Schulbus kommt gleich. Also mal Bett machen. Und auf jeden Fall mal duschen gehen. Der Rest ist nicht so wichtig. Das kannst du dann aufholen. Vielleicht schaffst du es sogar noch, jetzt deine Zähne zu putzen. Aber muss auch nicht. So. Flame. Dann galoppieren wir ein bisschen. Nach wie vor. Wie, nein. Doch. Du hast so zu schlechte Laune, um zu galoppieren. Kommst doch gleich in die Nähe von Mami. Da drüben war Mami. Aber okay. Habt ihr ein bisschen spät mitgekriegt. Karotte. Heu werden wir auf jeden Fall fressen. Es ist die schönste Zeit im Jahr. Das Winterfest ist da. Sehr gut. Okay. Zähneputzen ist noch. Ja, und die Pferde kümmern ist auch wichtig. Können wir hier reingehen. Pieseln. Und jetzt kann ich raf... Äh, Flame bewegt sich noch ein bisschen. Da warte. Erstmal heufressen. Also erstmal pieseln gehen. Und dann heufressen. Das ist ja ganz praktisch. Joa. Und, äh, ach ja. Ihr beide solltet euch mal mit euren Freunden unterhalten. Wir kennen ja nach wie vor genug Leute. Ja. Das haut hin. Ähm. Heute sollten wir wahrscheinlich uns... Eigentlich sollten wir dann direkt im Anschluss an diese, äh, ja, diese Debatte mitmachen. Äh, äh, werde ich dann gleich auch machen. Was wir daran denken. Ähm. Und dann sollten wir uns mal um, äh, Salira kümmern und darum, dass sie ein neues Fohlen bekommt, dass sie wieder schwanger wird. Oh je, jetzt ist, äh, Flame aber sehr, sehr, äh, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr hungrig, sehr, sehr, sehr durstig. Aber das werden wir gleich erledigen. So, du kannst mal das Bett machen, dein Outfit wechseln. Hier erstmal alles reinigen. Ähm. Ja, dann lass dich mal säugen. Meine Gute. Oder mein Guter. Ich sag jedes Mal meine Gute. Ähm. Ja, ihr habt ja auch gesagt, dass, ähm, die Pferde alle gleich aussehen. Ja, die sind halt alle braun. Aber Flame sieht doch sehr unterschiedlich aus wie Salira. Also es ist doch ein unterschiedliches Braun. Das ist halt eher das Braun von ihrer Brust. Ah. Haben wir wieder dasselbe Problem. Komm, lass dich säugen. Dann kann jetzt auch Philipp mal sein Bett machen. Sich ein anderes Outfit anziehen. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Nektar. Ähm, von dem wir, wow, ähm, für den wir wieder mal neue Lebensmittel brauchen. Ich würde sagen, dann nehmen wir diesmal wieder ein paar Trauben. Wo hast du die Traube jetzt hingetan? Okay, na gut. Die suchen wir gleich mal. Weil. Ja, wo muss die ja hin? Was, was passiert denn jetzt schon wieder? Nein. Let's sehen. Diese Traube hier hin irgendwo. Hier unten. Ich hab das Gefühl, wir haben eine verloren. Oh, Jamie. Ähm. Ah, du hast das hier in Schenich hingekriegt. Äh. Ist wahrscheinlich wieder verbuggt. Ja, so wie das ist. Ich muss das auch eben mal löschen, weil ich das Gefühl habe, dass das hier alles rumstockt, nur wegen diesem Teil. Da kannst du dir das ein zweites von dem hier hinstellen. Und dann passt das wieder. Ich finde es ein bisschen nervig, dass das so rumbackt. Und auch wenn ich das Objekt mal deinstalliere, wieder neu installiere, das bringt nichts. Das, äh, das ist nur weiterhin so verpackt. Das ist echt schade einfach. Und mit dem Holzofen ist das genauso. Deswegen mach ich, äh, hab ich die auch einfach nicht mehr hier in unserem Haus. Wenn ich das einfach ein bisschen schade finde, wie das gelaufen ist. So, Philipp, mein Lieber. Wir machen ein bisschen Weintrauben-Nektar. Emily, was machst du so? Du bist hier oben. Du kannst dann gerne mal... Ach ja, wegen deiner Arbeit. Ich vergesse mal, dass sie ja noch arbeitet. Aber ja, sie arbeitet noch. Nur halt von zu Hause. Oh, oh, oh. Wir kümmern uns erst mal um den Wagen. Äh, der ist gerade am wichtigsten. Stellen wir ein bisschen Nektar her. Ja, du sollst doch gleich was essen. So, wie läuft's mit euch? Äh, ein bisschen anschmiegen. Alira, das ist gerade erst mal wichtiger. Und Krautjäten wollen wir nicht. Festtagsbeleuchtung können wir gerne machen. Äh, einmal das Bild ein bisschen hoch. Und dann... Vielleicht was Hängendes, Weißes. Ja, das passt ganz gut. Gut. Und Emily... Ja, genau. Die kümmert sich da drum. Können wir das gleich auch noch anstandhalten. Immer ein Schluss. So, Jamie. Der ist natürlich am liebsten draußen. Warum auch immer. Aha, wenn's ihn glücklich macht. Soll er das machen. Hier einmal ins Bad. Und, ähm... So. Kannst du das nur dort festlegen? Oder wie läuft das hier? Ja, für Vorstandspositionen. Debattieren. Ähm... Eine Sperrstunde draußen bleiben. Bla, bla... Äh, du kannst dann vielleicht mal Sid nach Hause einladen. Und Liz... Dann können wir einfach zu Hause irgendwas cooles machen. Ein bisschen jammen oder so. Und, äh... Maya sucht sich dann den Sid für sich. Und, ähm... Das ist ja nach wie vor mein Ziel. Ähm... Ich hoffe, dass wir das auch noch erreichen werden. So, erstmal das verdorbene Essen hier rausräumen. Das sieht echt widerlich aus. Und dann können wir uns auch nochmal um unsere Pflanzen kümmern. Tadah! Ähm... Einmal Pflanzen ernten. Und dann können wir ein bisschen Kiwi füttern. Mit Kiwi spielen. Und mit Kiwi über Gartenarbeit reden. Ramira Reuss ist von... Nein, Ramira lebt nicht mehr. Sind, glaube ich, beide Eltern von Salira. Ja. Salto und Ramira leben nicht mehr. Das heißt, dass, ähm... Christopher und, ähm... Teresa auch keine Pferde mehr haben. Sie haben, wie er mal bemerkt hat, anscheinend Hunde. Ähm... Das kann gut sein. Wenigstens etwas. Aber halt... Keine Pferde mehr. Das ist echt schade. Vor allem... Keine Ramira, kein Salto mehr. Wo kommst du denn her, Jamie? Wenn du eh schon da unten warst... Kannst du auch... Ähm... Die beiden nochmal einladen... Und hier unten duschen. Gehen. Es muss ja auch nicht sein, dass du hier hoch noch mehr extra gehst. Ich weiß auch gar nicht, warum du das gemacht hast. Ähm... Du kannst dann mal den Müll rausbringen. Und dann hier was essen. Oder erst was essen. Ja, vielleicht erst was essen. Und dann den Müll rausbringen. Gibt mehr Sinn. Dann müssen wir irgendwann mal schauen, wann wir eben Salira wieder schwängern können. So, du kannst hier gerne mit dem Pferde bei spielen. Du kannst ein bisschen rumgaloppieren. Das reicht erstmal. An Beschäftigung. Yay, wir haben Athletic Level 2 erreicht. Sehr gut. Und da ist doch schon Sid. Hallo, Sid. Wir können ihn gerne vergnügt begrüßen und dann nach drinnen einladen. So, ähm... Ist Emily da hinten fertig? Ja, dann kannst du duschen gehen. Okay, jetzt sind wir jetzt in der Gruppe. Dann brauchen wir das auch nicht mehr machen. Ähm... Ach ja, du wolltest ja ein bisschen jammen. Dann machen wir das gleich mal. Äh, worin ist denn Jamie am besten eigentlich? Klavier, ne? Genau. Dann beginnen wir hier mal eine Blues-Gem-Session. Warum nicht? Ähm... Ja, Weintrauben-Nektar. So. So, möglichst weit weg. Hat einfach... Flame ist mal wieder nicht rotbar. Also immer den mann stellt. Dass der nicht mehr rotbar ist. Kommst du da jetzt ran? Oh, wir haben einen Notfall. Wo ist dann Sid hin? Wo ist Sid? Hallo? Sid! Ah, wo bist denn du? Wo ist der Spasti hin? Ah, warum müssen die sich denn sonst wohin verziehen? Sag mal, wo ist denn der? Ey, also... Ey, also... Ich lade hier doch nicht meine Sims ein, dass die sich in irgendwelche Ecken verkriechen. Ah, da ist der sehr gut. So, Emily. Du musst natürlich den großen Hausband löschen. Falls dir das noch nicht bewusst war. Maja kann ein bisschen was Spaßiges machen. Kann vielleicht ein bisschen Fernsehen. Und dann geht sie ganz zufällig hier nach unten. Und hört den beiden hier zu. Kommt denn Liz eigentlich auch noch? Oder... Wie sieht das aus? Oder jammt die hier jetzt nur zu zweit? Nee, Liz ist auch irgendwo. Ist doch nicht wo, aber sie scheint zu existieren. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, wo Liz ist, oder? Ja, Flame ist dort. Wo ist Liz hin? Sie ist auf dem Grundstück. Das zeigt das an, dass sie Besucher ist. Aber ich sehe sie nicht. Ich sehe sie einfach nicht. Gut, komm mal runter, Maja. Sieht auf jeden Fall echt cool, was ihr da macht. Wo könnte sie denn sein? Jesus. Ich würde sie halt gerne herbeirufen, aber dafür muss ich ungefähr wissen, wo sie ist. Weil ich in einem akzeptablen Abstand bin. Sag mal, Flame, geh doch mal da rein. Sie ist gar nicht da. Muss ich mich raten. Ist irgendwo anders. Ja, wir können irgendwas gemeinsam mit ihr machen. Tischtennis spielen mit Liz. So, dann machen wir das einfach mal. Aufgrund der einwandfreien Argumentation von Sophia blieb, ja, blieb den, blieb den Clubmitgliedern nichts anderes übrig, als den Vorstand des Clubs zu erwähnen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Sophia mit einer echt coolen Hammerskulptur ausgezeichnet. Es ist eine originalgetreue Nachbildung des Hammers, der in der Institution Elitäre Gemeindeschule zum Einsatz kommt, wenn ein Gespräch zu Scheiter und Rot oder so. Ähm, wollen wir mal freundschaftlich begrüßen, bitte. So, du darfst gern was trinken und was futtern. Und du kannst dann vielleicht mal hier reingehen. Ich hab aufschließen. Komm rein. So, und jetzt kannst du ein bisschen rumgaloppieren. So, ist Liz jetzt da? Ah, da... Oh, immer noch Katze. Aber dann mach ich meinen Trick. Enras, Master Controller. Das sind, glaub ich, die Grundfunktionen. Outfit, Alltag 1. Und schon hat sie wieder normale Klamotten an. Und dann spielen wir hier. Wir können am Anfang auch noch ein bisschen Saftpong spielen. Vielleicht wird sie dadurch ja angetrunken. Das wäre eine coole Idee. Weiß nicht, ob das funktioniert. Aber wir können es ja mal probieren. So, und wir lernen jedenfalls heute mal ein bisschen den Sit kennen. Ein bisschen plaudern. Ähm... Ich weiß nur grad nicht... Ähm, wo hohe... Technik möchte... Ähm... Das ist an. Wie erlaubet Zombie? Verstehe ich nicht. Ähm... Vielleicht Romantik? Ähm... Romantik zwischen Teens und Erwachsenen erlauben. Ist doch an. Vielleicht muss ich nochmal aus und an machen. Weil das müsste eigentlich funktionieren. Ich hab das schon ewig so eingestellt. Aber bei denen gibt's das irgendwie nicht. Ich hab hier keine romanischen Interaktionen bei denen. Das ist voll blöd. Weil gemein voll wenige Interaktionen bei Sid und Maya. Muss ich vielleicht mal ein bisschen warten, bis die sich ein bisschen besser kennen. Und... Und... Ähm... Du kannst mal ein bisschen Fernsehen. Ähm... Hast du jetzt... Du hast den Hausbau nicht gelöscht. Lass mich raten. Warum können die das nicht selbstständig machen? Warum? Ähm... Ähm... Pflanzen ernten, dann da hingehen. Aber es wird vor allem immer noch als Auftrag angezeichnet. Der wird bestimmt mega schlechte Bewertung bekommen, weil wir das die ganze Zeit nicht gemacht haben. Aber wir könnten noch, wenn wir wöltern. Wollen wir mal schauen. So, einmal die Flammen löschen hier bitte. Ja, zweieinhalb Stunden stehen wir hier schon blöd in der Gegend rum. So. Ähm... Gefangene Sims befreien natürlich auch. Mal wieder Pflanzen gepflegt. Das haben wir jetzt zweimal übrigens gemacht. So. Einmal Tischtennis beenden. Dann können wir noch ein bisschen Saftpon spielen und schauen, ob das was bringt. Das wäre echt cool, wenn das was bringt. Warte. Ist ja so cool. Ähm... Ich weiß nicht. Ähm... Ob das hier noch irgendwas bringt, mit ihm das zu probieren. Ähm... Wenn einfach keine romantischen Interaktionen sind. Das ist voll schade. Wenn wir vor allem auch nur mit ihm plaudern können. Hallo? Wir haben irgendwelche Merkmale. Wir können mit ihm eigentlich voll viele andere Sachen machen. Boah, das funktioniert bei ihm einfach nicht. Ich fahre eigenartig. Jetzt wäre Sid ein bisschen verbuggt. Aber mit ihm können wir romantische Sachen mit Jamie machen. Ich weiß nicht, ob sie davon überhaupt angetrunken werden. Oh, er muss gleich zur Arbeit. Okay. Dann tschau. Tschüss, Sid. Im hässlichen Outfit. Ähm... Dann würde ich mal sagen, wir essen mal was. Ein bisschen dem Sumpf vielleicht. Ähm... Einen Kürbisschnitzen brauchen wir um diese Jahreszeit eigentlich nicht mehr. Ähm... Du könntest hier vielleicht ein bisschen säubern. Und dich dann mal wieder um Nektar kümmern. Oh, ich liebe es, ein Nektar zu arbeiten. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. So, und Emily kann natürlich weiterhin nicht selbstständig an dem Brand arbeiten. Wer hätte es gedacht? Ich auf jeden Fall. Dann können wir hier die Flammen löschen. Und dann kommen wir gleich mal hier hoch. Werden hier die Tür aufbrechen. Die Sims sind alle hier oben drin. Und dann können wir sie zum Weglaufen überreden. Dann nochmal die Tür aufbrechen. Ihn zum Weglaufen überreden. Und dann sollten wir das geschafft haben. Ist hier noch irgendwo Feuer? Ah, ja. Das Feuer hier unten hat sie... ...nach wie vor vergessen. Dann werden wir das danach auch nochmal löschen. Und mal schauen, ob sie es dann hingekriegt hat. Also, Jamie ist auf jeden Fall nicht angetrunken. Mir hat jemand gesagt, wenn man dreimal den Saftkrug macht, dann könnte das funktionieren. Also mir geht es ja nicht darum, dass Jamie angetrunken ist. Der ist ja auch schon nach dem ersten Mal angetrunken. Es soll einfach Liz auch irgendwie angetrunken sein. Und die kriegt ja eigentlich nichts davon ab, wenn sie immer den Krugstand vollführt. Ah, das ist ein bisschen zu spät, um jetzt noch rauszugehen. Wir machen das einfach morgen. Morgen in aller Früh, am Samstag, werden wir das schon hinkriegen. Wer ist da was? Marja, ne? Ja, die kann ja erstmal aufräumen. Wir könnten höchstens fahren lernen. Das wäre ganz cool. Das können wir eigentlich machen. Wer sagt denn, dass wir nicht abends fahren lernen können? Vor allem ist unser Spaß jetzt auf dem maximalen Level. Das wäre eigentlich ganz cool. Bella Georges retten. Das können wir gerne machen. Na toll. Das wollte ich gerade, dass... Ah, naja. Philipp, wo bist du? Ah, schön einmal drum herumlaufen. Na. Das Krabbeln auf den Hinterfallen liegen nun hinter ihr. Yay, hier ist dein Kind. Cool. Haben die jetzt eigentlich noch ein zweites Kind bekommen? Nee. Okay. So, machen wir das einfach mehrmals hintereinander. So, probieren wir einfach mal aus. So. Okay. Müssen wir erstmal ein bisschen mit ihm quatschen. Ähm. Pferdenschweren. Maya. Worüber heulst du? Keine Ahnung. Okay. So. Wir haben jetzt schon mal die zwei Sims gerettet. Das ist doch schon mal was. Und das Feuer ist jetzt anscheinend auch aus. Sehr gut. Ähm. Dann kannst du ja mal nach Hause gehen. Hm. Oder du kannst mal die Wardens besuchen. Die denn zu Hause sind. Dann können wir die auch gleich mal besuchen. Nein, sind sie nicht. Dann kommen wir einfach nur so nach Hause. So. Ich hoffe, ihr freut euch noch ein bisschen an. Damit ihr auch, ähm, dann zusammen fahren lernen könnt. Mit Philipp Jemen wollen wir nicht unbedingt. Ähm. Ähm. Jamie Reuss hat Eingang in die Gruppe der Sportler gefunden. Und das merkt man ihm auch an. Er beherrscht jetzt den Schuljur-Beruf und erhält Gelegenheit, ein Saft-Party zu veranstalten. Cool. So. Wir haben jetzt vielleicht sozial. Yay. Dann können wir ihn umarmen. Und. Jetzt auch um Hilfe beim Fahren bitten. Äh, äh, bitten. Oh, schade. Könnten wir sie denn? Ja. Ja, es geht. Oh. Komm schon. Komm schon. Sie muss hier bleiben. Nein. Okay. Das Rezept ist auf jeden Fall dreimal. Okay. Danke für den Hinweis. Das machen wir auf jeden Fall das nächste Mal. Äh. Wir werden sie auf jeden Fall das nächste Mal wieder einladen. Und, äh, dann das probieren. Also das heißt wahrscheinlich, wenn er nur so ein bisschen angeheitert ist, dann funktioniert das wahrscheinlich nur, wenn beide ein bisschen angeheitert sind. Und wenn er aber extrem angeheitert ist, dann ist ihm das egal. Oh. Ein Fisch ist verändert. Das ist nicht gut. Säubern. Säubern. Alle Fische füttern. Oder hier füttern. Hier füttern. Okay. Ähm. Ja, dann wissen wir das auf jeden Fall mal. Ich hoffe, die nehmen jetzt nicht das falsche Auto. Komm mal lieber noch nicht nach Hause, damit sie nicht dein Feuerwehrauto stehlen. Wir haben jetzt schon Fahrrad Level 2 erreicht. Noch bevor sie angefangen haben. Na dann. Dann ist ja gut. Ha. Ja, heute die Folge wird mal ein bisschen länger. Ähm. Ich schaff's aber anscheinend echt nicht, äh, in irgendeiner angemessenen Zeit, die, ähm, ja, die Nacht zu erreichen, wo dann alle auch wirklich schlafen. Deswegen werde ich jetzt doch einfach mal Schluss machen nach weit über 40 Minuten. Äh, ich hoffe, das ist euch jetzt echt nicht zu viel gewesen. Ähm. Ähm. Ähm, und ansonsten, ja, ähm, werden wir sehen, was wir die nächsten Folgen noch so machen werden. Und ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen restlichen Tag und sage Tschüss. Unsere initiated. Ähm.